Ah ja, das ist Wahnsinn. Also wir sind hergekommen und nach so einer langen Pause hast du einfach auch keinen Plan, wo du bist und wie fit du bist. Und ich habe schon ein bisschen Sorgen gehabt, aber ja, wir haben es wieder gemacht. Was soll ich sagen? Ich glaube, ich realisiere es selber noch nicht so ganz, aber ich bin auf jeden Fall richtig happy. Amazing, you know, it's been just such a crazy year, you know, and like to come back to racing and you didn't, like you have no expectations at all. And coming here, Graeme, we rode like the last, last three days together. And he was so like really on the pace. Like on the first day I was already saying to my dad, hey, that's unbelievable how fast he is going. But we are really, really happy that we got the job done again. I'm really happy the way I rode, the bike felt good, I felt good. I'm 45 years old, I kind of need to remind myself of that. But Manny's rode really well and it's been really good fun riding with him and battling. And it's been an awesome event. Yeah, I mean, we're not doing a lot wrong. Manny hardly makes any mistakes. And I'm just sometimes trying to, we're passing each other. And it was so close up, you know, up the hills as we just rode together for the last three days. And unfortunately, not the result I want, but you know, that's the way it goes. Yeah, you got to keep smiling. There's always next year. The third day, the fourth day, pardon, it's been pretty good. We started very fast, it was a lot of cold. We went together, Wade, Billy and I. in der Service Point ein bisschen vor ihm, aber es ist, dass er sehr schnell ist, er hat sich sehr viel Risiko gemacht, er hat sich wieder zurückgezogen. In einer steinung haben wir ein bisschen von Distanz und hier im Endeffekt haben wir auf Toppe, Billy und ich. Wir haben ein paar große Schmerzen, aber ich bin sehr glücklich für den Podium zu sein, mit den Sachen zu haben, und danke dem Team, für den großartigen Arbeit und ich hoffe, Ich hoffe, dass wir ein bisschen höher werden können. Wir gewinnen und lernen. Das ist alles. Ich fühle mich sehr gut. Heute haben wir viele Rückschritte. Die letzte Runde war alles grössig und sehr wettig. Es war gefährlich. Ich habe vieles gegründet, aber wir waren alle drei zusammen. Ich, Wade und Billy. Ich glaube, wir haben eine gute Runde gemacht. Ich gewinnen. Es war sehr, sehr fest. Ich bin sehr glücklich für mich und für die Team. Wir arbeiten viel für uns auf dem Podium. Ja, es ist wirklich gut. Ich bin viel mehr glücklich, als ich nur für gewinnen. Aber es war ein langer Prozess für mich, zu diesem Punkt, in dieser Runde. Ich habe schon seit ein paar Jahren struggled. So, ja. Der Start der Woche war sehr gut. Und dann, natürlich, auch noch ein paar Dramas. Und dann, auch noch meine übrigen Antics. Yesterday, ich habe auch viel Müll. Ich habe auch viel Müll und zu viel Müll. Ich wollte wirklich zeigen, dass es nicht so gut war. Ich habe wirklich ein paar Überschritte gemacht. Ich habe auch noch ein paar Überschritte gemacht. Ich habe auch noch ein paar Müll. Ich habe wieder geholfen, die große Müll haben. Ich habe wirklich viel Müll, die Zeit geholfen. Ich bin wirklich glücklich, dass ich endlich gewinnen. Ja, es ist wirklich schwer. Es ist nicht frustrierend. Es ist einfach hart zu verstehen, wenn ich das sage. Ja, ich habe einfach geholfen, eine andere Runde da. Das hat mich geholfen. Ich weiß nicht, ob ich das war. Aber es kam dann zu das. Und das ist wie es endet. Overall, ich bin sehr glücklich mit der Runde. Ich fühle mich, dass ich jetzt auf der Barsche bin. Ich fühle mich so gut. Das wäre gut. Es wäre toll, wenn ich das in der Anfang der Runde hatte. Aber ich bin glücklich. 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 Ich glaube, das ist eine meiner Lieblingswerte Runde. Und auch die größte Runde. Das ist so lange. Aber ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ich glaube, das ist die letzte Runde der Jahr. Es ist so sehr, aber es ist wie es ist. Ich war überglücklich, also es war wirklich hart und ich bin jetzt wirklich froh, dass ich im Ziel bin, aber es war ein richtig cooles Rennen und jeden Tag hat mir Spaß gemacht. Und ja, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis auch.